Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker Unboxing, der Nike Zoom 2K. Ein Wunsch von euch, vielleicht derjenige, der es sich gewünscht hat, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Hier bin ich schon mit Ihnen und wir werden ihn uns heute gemeinsam anschauen. Und hier ist er, das Colorway, erster Eindruck. Schaut ihn euch doch erstmal an, während ich hier das Ganze unboxe, bzw. den zweiten Schuh raushole, liebe Freunde. Ja, 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 erster Eindruck, was fällt mir auf? Auch sehr wuchtig, wirklich sehr wuchtig. Erinnert mich fast an den Jordan. Ja, sieht echt extrem wuchtig aus, überraschend leichter, als ich ihn mir vorgestellt hätte. Sehr spacig, sehr viele Details, die werden wir uns jetzt mal alle gemeinsam anschauen. Das Erste, was natürlich ins Auge sticht, wenn man ihn anschaut und mir sofort auch ins Auge gestochen ist, ist dieser riesen orangene Swoosh, der irgendwie verkehrt ist und dann hier übergeht, irgendwie ganz, ganz, ganz abgespaced. Hier einen gestitchten Swoosh drin, dann haben wir hier so weiße Elemente, die um das Mesh-Material drumherum gehen. Das dient tatsächlich nicht nur ästhetischen Gründen, sondern auch funktionellen, um den Schuh einfach zu verstärken, dass er nicht schneller kaputt geht, etc. Dann, liebe Freunde, schauen wir uns das Ganze auch nochmal hier vielleicht von hinten an. Dann haben wir dieses Zoom Air Logo drauf, was nochmal extrem weich ist, was ich sehr cool finde. Das dient auch nicht nur der Ästhetik, dem Design, sondern tatsächlich auch der Funktion, um noch einmal eben diese Ferse hier zu verstärken und eben die Form beizubehalten. Dann gehen wir leicht rüber nach hinten und schauen uns das Ganze an. Wir haben hier eine Lasche, ganz normal, die etwas größere Sohle, die nach hinten größer wird, was auch ein sehr cooles ästhetisches Element ist. Ansonsten geht das Ganze hier nochmal hier rüber, nochmal dieses Logo. Dann hier nochmal der orangenes Swoosh, der hier rauskommt und darüber zieht. Der Swoosh nochmal hier gestitcht. Ansonsten haben wir hier noch ein kleines Swoosh-Logo, das Mesh-Material, wie vorhin erwähnt. Die Schnürung ist eher ein bisschen auf Funktion angelehnt, sieht auch sehr schön aus. Da hier diese Laschen hier in den Schuh reingehen und hier nach oben raus, komplett sehr cool. Was ein sehr schönes Detail ist, wenn man sich das Ganze anschaut, wir haben jetzt hier zum Beispiel diesen 2000er Schriftzug. Auf der anderen Seite haben wir den Zoom-Schriftzug. Also wirklich, das ist ein schönes Detail, was man so auf den ersten Blick nicht wahrnimmt. Und was natürlich einem auch sofort auffällt, hey, was ist das denn? Kann ich das als Tasche nehmen und hier einkaufen gehen mit diesen zwei Laschen? Als Handtasche oder irgendwas? Das ist natürlich ein sehr cooles Element, was man so bisher eigentlich so nicht gekannt hat, diese Laschen, wo man auch seinen Finger durchstecken kann oder sonst was. Finger durchstecken, Freunde, natürlich auf nur Sexual-Basis oder wie heißt das, Freunde, so ungefähr. Dann von innen sieht er komplett normal aus, also nichts Besonderes, was man jetzt erwähnen sollte. Sieht eher gut gedämpft aus an der Ferse hier im Bereich. Wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal hier die Außensohle anschaut, die sieht auch sehr abgespaced aus. Wir haben dieses orangen Element, was hier überläuft und dann hier so diese Zacken kriegt. Also Grip ist da auf jeden Fall da. Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr nice aus. Gerade in diesem Bereich vorne, wo man immer auftritt und dann hier den Schuh bewegt bzw. dehnt. Gerade da ist es wichtig, dass hier Grip ist. Da hat Nike natürlich einen super Job gemacht. Auf der Zunge haben wir nochmal das Nike Air Logo. Ansonsten wirklich nicht mehr Details. Also ich muss ehrlich sagen, so vom ersten Eindruck her, sehr leichter Schuh, sehr schöne Schuh, aber wirkt extrem klobig und wird nicht jedem stehen. Muss ich jetzt direkt sagen, wird nicht jedem stehen. Wen steht es denn? Ja, ich würde eher sagen, sportlicheren Leuten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dahinter gedacht. Das Callaway ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig für viele von euch da draußen, aber wird eher sportlicheren Leuten stehen, wenn du Basketballer bist. Hier, bitteschön, das ist dein Freizeitschuh schlechthin oder Sportschuh vielleicht sogar direkt, weil dafür ist er eigentlich konzeptioniert, liebe Freunde, so rum. Noch sehr früh am Morgen, muss man dazu sagen. Ich finde ihn sehr schön. Ob er mir steht oder nicht, werden wir jetzt gleich mal unfeed rausfinden und vor allem auch, wie er ausfällt. Fällt er gut, schlecht, eng, aus, weit, etc. Kann man da TTS gehen oder nicht. Auf jeden Fall trotzdem sehr schöne Elemente, sehr schöner designte Schuh, weil man muss immer auch den Designrespekt wirklich zollen, was da für Arbeit, was für Designentwicklung dahintersteckt, dass man den Schuh so machen kann, wie er jetzt am Ende ist. Weil ich will jetzt nochmal kurz ein Element erwähnen, dass ich euch das nochmal verdeutlichen kann. Auch wenn vielleicht einem der Schuh nicht gefällt, muss man den Designrespekt zollen, beziehungsweise den Designer. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier diese Schnürung. Und jetzt verfolgt mal bitte meinen Finger. Der geht hier rüber, hier komplett, dann runter, hier rüber, hier rüber und dann hier nochmal hoch und wieder hier zurück und schließt sich wieder hier ab. Das heißt, dieser Schuh ist als ganzes Stück zu sehen. Also designtechnisch wirklich sehr gelungener Schuh. Und jetzt hüpfen wir mal rein. Ich will ihn on feed sehen, liebe Freunde. Ich will ihn on feed sehen. So Freunde, wir sind jetzt im Zoom 2K drin. So sieht das Ganze on feed aus. Ich muss ehrlich sagen, strahlt natürlich mit diesem Orange wirklich sehr schön. Von oben, der Anblick ist ja nice. Das Reinkommen war sehr easy. Wie fällt er vielleicht aus? Ja, Freunde, wie soll ich sagen? Ich kann mich gut bewegen. Aber eine halbe Nummer größer wäre vielleicht noch cooler gewesen. Aber es ist auf jeden Fall TTS, würde ich schon sagen. Also ich mag es immer, wenn es ein bisschen lockerer ist. Er fällt da tatsächlich so aus, direkt True to S. Also das heißt, du spürst ihn, dass er genauso ausfällt, wie du ihn bestellt hast. Das ist auch okay. Ich würde es aber tatsächlich ein bisschen cooler finden, wenn eine halbe Nummer größer wäre. Also das heißt, bei mir, ich trage 44, da würde ich 44,5 nehmen. Und das wäre vielleicht nochmal nicht schlecht. Aber ansonsten gefällt er mir echt gut. Natürlich würde ich jetzt sagen, mein Typ ist es nicht. Ich würde ihn jetzt nicht im Alltag anziehen. Aber wenn du echt so ein sportlicher Typ bist und sagst, hey, ich feiere das, ich feiere das Design, ich feiere die Form, alles insgesamt. Dann bitte gönn dir. Sieht insgesamt echt sehr ästhetisch aus. Aber meins ist er leider nicht. Also das wäre jetzt kein Sneaker, der irgendwie zu meinem Kleidungsstil passt, der zu meinem Look passt. Aber trotzdem, schön bleibt er, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht nicht so feiern würde. Schön bleibt er trotzdem. Und bekanntlich sind ja Geschmäcker verschieden. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Anbachsen. Freunde, wir haben uns schon mal einen Nightjogger von Adidas angeschaut in Zusammenarbeit mit 3M. Und ich habe mir gedacht, hey, wir haben jetzt so eine Kollab gesehen, wie die ganze ausschauen kann. Wir müssen uns aber unbedingt noch den normalen anschauen. Den habe ich heute hier, liebe Freunde. Den werden wir jetzt heute anbachsen. So, ich habe hier auch ein...